Die Drehstoßtechnik, die wird übrigens auch, der Mann nach ihm praktizieren, Mikke Halvari, einer der Mitfavoriten aus Finnland. Noch mal zur Information, für diejenigen, die Kugelstoßen nicht so häufig verfolgen, die besten drei Versuche zunächst, aller zwölf Teilnehmer, dann wird ausgedünnt, die besten acht dürfen noch einmal drei nachschieben und es wird dann in umgekehrter Reihenfolge geworfen, umgestoßen, muss man natürlich besser sagen, aber die 7,25 Kilogramm Kugel auf 20, 21 Meter zu stoßen, das ist ja fast schon ein Werben. Haben andere Leute als Oberschenkel, was er hier als Oberarm hat. I'll be back.